Danke Larissa für das süße Kompliment. Ich bin Anne Schweitzer und bin die Stadtreporterin hier bei Radio Essen und ich fahre durch die ganze Stadt und beantworte alle eure Fragen. Ihr erkennt mich an den roten Haaren und natürlich am Radio-Essen-Mikrofon, dem roten. Und ich kümmere mich um alles, was euch aus den Stadtteilen interessiert und habe in letzter Zeit auch ziemlich viele Fragen beantwortet, zum Beispiel eine mysteriöse Froschstatue in Schönebeck, was es damit auf sich hat oder aber auch, was hat eigentlich ein Bagger im Gebüsch in alten Essen zu suchen. Hier in der Mediathek könnt ihr das natürlich alles auch noch mal nachhören und nachlesen, da ist alles drauf, aber ich weiß, ihr seid gar nicht wegen der Mediathek hier, sondern natürlich wegen der Schnitzeljagd und auch ich habe einen kleinen Baustein für euch, damit ihr weiterkommt. Und der lautet, jetzt bitte aufschreiben und festhalten, UNPOPULÄR. Habt ihr aufgeschrieben? Dann schicke ich euch direkt zur nächsten Seite. Den nächsten und allerletzten Tipp für die Schnitzeljagd findet ihr auf der Aktionsseite von Fanta 4 und da wartet mein netter Kollege Tim Schröder auf euch.